Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader, herzlich willkommen zu den heutigen Handelsideen. Wir schauen heute direkt in die Charts vom WTI, US-Dollar, Südafrikanischer Rand und Austral-Dollar, Schweizer Franken. Das die Ideen im Fokus für heute, aber erst einmal herzlich willkommen und die Einladung wieder an all diejenigen, die hier live zuschauen. Wenn Sie Fragen haben, einfach rein in die entsprechenden Chats hier auf Facebook oder auf GoToWebinar oder gern auch im Nachgang per E-Mail. Und dann können wir hier sehr, sehr gern auch auf alle Fragen eingehen, beziehungsweise auch gerne den ein oder anderen Wunschchart direkt hier in den Webinaren mit Ihnen gemeinsam betrachten und aktuelle Ideen auch daraus entwickeln. Bevor wir in die heutigen Handelsideen reingehen, der obligatorische Risikohinweis, Sie wissen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das bitte ich hier an dieser Stelle auch zur Kenntnis zu nehmen. Und damit machen wir weiter mit der Agenda einer ganz normalen Marktvorbereitung. Das heißt, wir starten mal hier mit einem Blick auf wichtige Tagesnachrichten. Hier haben wir Elena, einen schönen guten Morgen. Hier haben wir an dieser Stelle die wichtigsten Ereignisse für den heutigen Tag. Morgen wird noch wichtiger, da ist EZB-Tag. Aber heute gibt es auch ein bisschen was, was Relevanz für die Märkte hat. Um 14.30 Uhr gibt es den Verbraucherpreisindex in den USA für den Monat November. Sehr interessant für das Thema halt Inflation, wie der Name das schon sagt. Dann gibt es um 16.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Heute Morgen zu diesem Thema Öl übrigens oder um die Mittagszeit gibt es hier um 12.30 Uhr. Hier haben wir es stehen, den OPEC-Monatsbericht. Auch sehr spannend, was es dort zu hören gibt. Um 11 Uhr, jetzt nochmal kurz der Sprung zurück in der Zeit, gibt es die Industrieproduktion für den Monat Oktober. 14.30 Uhr dann wieder aus den USA, noch einmal in Zusammenhang hier oben mit dem Verbraucherpreisindex. Einige Informationen und dann gibt es hier natürlich wie immer auch noch die Rohöl-Lagerbestände in Kasching. Also diese Dinge stehen heute auf der Uhr. Öl ist wichtig. Öl ist heute auch ein Teil in unserer Chartbetrachtung. Deswegen wichtig, die Nachrichten heute Nachmittag auch auf der Uhr zu haben. Je nachdem, welcher Zeithorizont hier getradet wird, könnte das den ein oder anderen Nutzen bringen. Das also zur Nachrichtenschau. Und damit gehen wir direkt rein in die Charts. Sie sehen hier gerade, ich habe noch den DAX offen. Nicht jetzt der favorisierte Handelsblick für den Morgen, aber für viele auch interessant. Deswegen habe ich es hier noch offen gelassen. Wir sehen jetzt hier momentan eine schöne aufwärtsgerichtete Bewegung. Sie sehen das, Sie kennen das unten. Was wir hier sehen, es ist natürlich jetzt erstmal etwas Dynamik nach oben. Mit Blick in die Charts ist es nichts anderes, als, ich zeige es mal ganz kurz hier, dieses Korrekturmuster, was ich sehr, sehr gerne auch in Long-Richtung immer wieder hier entsprechend behandle. Wir haben hier einfach so eine aufsteigende Flagge. Das ist ein bärisches Korrekturmuster. Etwas, was wir immer wieder sehen, das können wir hier drüben auch mal schauen, wenn wir mal hier hochgucken, hoppala, nehmen wir es mal kurz mit. Hier hatten wir genau das gleiche Muster an dieser Stelle. Also das heißt, das bleibt weiterhin bärisch. Für aktive Trader ist aber sowas sehr, sehr interessant, weil wir hier unten die Bodenumkehr gesehen haben. Und jetzt läuft der Markt hier Stück für Stück nach oben, wenn wir uns das ganze Teil mal in der Stunde auch mit anschauen. Ich mache mal kurz den Chart hier etwas anders von der Skalierung. Ja, und hier sehen wir halt diesen Schub, der sich nach oben entwickelt und der ist weiterhin auch noch intakt. Hängt gerade hier oben so ein bisschen fest um der Marke von 10.888, 11.000. Also diese Marke, nein, 10.900, nicht 11.000. Jetzt muss ich selbst gerade überlegen, was ich gesagt habe. Also hier oben, dieser Bereich um die 10.900 Punkte. Da klemmen wir gerade, da kam gestern der Abverkauf hier. Was heißt Abverkauf? Aber der Rücksetzer aus der Korrektur, jetzt laufen wir wieder schön nach oben. Die US-Märkte sind ja gestern am Nachmittag mit Handelseröffnung auch wieder in die Knie gegangen. Das heißt, das Niveau, was ich vorher aufgebaut hatte, wurde dann nach unten abverkauft. Aber auch hier schaut es, wenn wir mal einen Blick in den S&P 500 beispielsweise auch werfen, schaut es so aus. Ich mache mal hier den Tagesschart an den Markt hier. Gestern hatten wir kurzen Rücksetzer, jetzt laufen wir wieder nach oben. Also hier ist die Dynamik von der Bodenbildung unten aus von dieser kleinen Gegenreaktion weiterhin aktuell aufwärts gerichtet. Aber es ist sehr, sehr interessant, auch zu schauen, was die US-Boys da drüben machen. Und wir sehen das halt. Die haben auch gestern wieder die erste aufgekommene Stärke aus den Vormittagsstunden dazu genutzt, hier entsprechend abzuverkaufen. Sehr, sehr schön zu sehen. Jetzt läuft es wieder nach oben. Es bleibt spannend, was hier an dieser Stelle passiert. Auf alle Fälle, ein Blick ist sowas immer wert. Und damit gerne gleich direkt zurück in die Charts für den heutigen Tag. Starten wir mal mit dem Währungspaar Austral-Dollar, Schweizer Franken. So, da haben wir es da. Gucken wir, Sascha, guten Morgen. Gucken wir hier auch das Ganze mal im Tagesschart an. Ja, eine interessante Lage hier unten. Wenn wir mal schauen, was ist denn hier passiert? Dieser Trend ist rausgenommen worden hier, den wir nach oben geschoben haben. Hier gab es den starken Move entsprechend nach unten. Hier rein in dieses Unterstützungsniveau um die 71, 0, 71, 200. Da haben wir den Support. Und hier haben wir schön die Bodenbildung unten gesehen. Und der Markt dreht jetzt hier nach oben. Und hier gibt es jetzt wieder die zwei Möglichkeiten. Entweder wir sehen hier nur ein kurzes Aufflammen aus der Korrektur heraus, beziehungsweise aus diesem Support heraus hier eine kleine flache Korrektur. Und dann wieder das Rumdrehen nach unten. Das heißt, als nächstes mit Blick nach unten müssen wir erst mal schauen, wenn die Märkte nicht weiter hochlaufen, was hier unten wieder im Support passiert. Und ja, dann hier 0,7260 der nächste Support. Zwischendurch noch ein Tagestief hier an dieser Stelle zum Anlaufen bei 0,70, 626. Da ist also der Markt heute sozusagen noch in seiner Entscheidungsfindung. Wie schon gesagt, nach unten hin haben wir die Marken liegen nach oben hin. Je nachdem, wie dieser, sage ich mal, Gegenschub ausschaut, könnten wir hier ein paar Tageshochs nach oben mitnehmen. Wir wissen ja nie, wo es hinläuft nach oben hin. Gibt es einiges, was aus so einer starken Bewegung nach unten abgearbeitet werden kann. Der nächste Anlaufpunkt wäre erst einmal auf alle Fälle hier das Tageshoch bei 0,71, 867. Und danach haben wir noch ein paar Tageshochs liegen. Vielleicht läuft der Markt sogar oben drauf. Man weiß es nicht. Es ist alles gut und gerne möglich. Das heißt, hier können wir den Blick mal haben. Und das sehen wir hier entsprechend auch in der Stunde, was hier läuft. Wir sehen hier sehr schön, dass die Stunde den Abwärtsmarkt rausgenommen hat. Ist jetzt schön in einem aufgerichteten Markt. Hier unten hat man schön die entsprechende Bodenbildung. Hier sind wir über einen wichtigen Bereich drüber gegangen. Hier oben die Marke von 0,71, 4, 8, 0. Dieses Hoch hier haben wir rausgenommen. Und die Dynamik ist momentan aufwärts gerichtet. Und da sehen wir auch schon, was als nächstes kommt. Hier oben dieser Bereich um die 0,71, 8, 7, 6 hier. Das ist aktuell natürlich erst einmal ein Widerstandsbereich. Aber wenn der überschritten wird, dann gibt uns das halt etwas mehr Potenzial, um entsprechend auch nach oben zu laufen. Wir finden halt in diesem Abwärtstrend, den wir hier in der Stunde sehr schön sehen können, auch einige andere Anlaufpunkte, wo wir reinlaufen können. Also es ist spannend hier, was der Austral-Dollar, Schweizer Franken macht. Möglicherweise läuft er deutlich nach oben in die Korrektur dieser scharfen Abwärtsbewegung rein. Wenn nicht, dann haben wir auf alle Fälle die Unterseite auch mit da. Sascha, DAX haben wir gerade. Guckt nachher bitte nochmal ins Video. Haben wir gerade reingeguckt. Dann schauen wir als nächstes das Währungspaar an. US-Dollar, südafrikanischer Rand. Hatten wir auch eine ganze Weile nicht mehr. Allerdings mittlerweile in einer schönen Lage, wo man durchaus wieder den ein oder anderen Trade auch wagen kann. Hier mit Blick in den Chart aktuell natürlich erst einmal zu sehen, wir haben hier diesen Abwärtstrend am Laufen. Das heißt, wir sehen schön die Dynamik, die sich hier nach unten richtet. Und das ist das, was wir immer wieder gut zum Anlass nehmen können, um mal die grobe Grundrichtung anschauen zu können. Das heißt, an der Stelle hier, gestern gab es, naja, ich sage mal milder ausgedrückt, so nicht so richtig eine Entscheidungslust vom Markt. Wir hatten hier vorgestern und gestern hier oben in diesem Bereich bei, wo haben wir das hoch hier liegen, das Tageshoch, was war das vom Montag? Das lag bei 14, 47, 6, 3, 9 hier oben. Da kam nicht so richtig Schwung mehr rein. Da ist der Markt einfach die Luft ausgegangen und aktuell, naja, so richtig eine Entscheidung wird nicht gefallen. Aber wenn wir uns das Ganze mal, sage ich mal, sachlich betrachten, einfach mit Blick in den Chart hinein, in die laufenden Trends, sagt man einfach, okay, wir haben hier oben entsprechend das letzte Korrektur hoch, diese Abwärtsdynamik. Was wir hier gesehen haben, ist der Start von unten am Korrektur, am Trendtief, also der Start der Korrektur sozusagen. Das hatte die Basis bei 13, 53, 9, 4, 9 und nun sind wir hier halt in der tiefen Korrektur und hier oben könnte sich jetzt das sogenannte Umkehrmuster auch entwickeln. Ein Indiz dafür haben wir bekommen, dass hier oben sozusagen nichts weiter nach oben laufen möchte. Der Markt könnte natürlich im Sinne dieses Abwärtstrend hier in diesen Widerstandsbereich noch reinlegen. Wenn wir drüber laufen, müssen wir die gesamte Lage etwas anders beurteilen. Aktuell ist das nicht der Fall. Entwickelt sich allerdings der Markt nach unten, dann haben wir hier einen hochpotenziellen Trend Trade. Das heißt, wir können die Stunde im Trend nach unten traden mit dem Ziel hier unten. Wenn sich dieser Tagestrend nach unten fortsetzt, müssen wir erst mal unter das Tief drunter. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr schön die Gelegenheit, den Markt nach unten zu traden. Und das schauen wir uns auch gleich mal in der Stunde an. Hier wieder etwas anders skaliert, dass wir es besser sehen können. Das heißt, was wir jetzt hier sehen ist, hier der Markt, der tingelt schon so langsam Stück für Stück nach unten. Jetzt haben wir hier nur, das muss ich mal ganz kurz etwas kleiner machen, die Sachlage noch nicht ganz so sauber. Das heißt, wir haben es ja gesehen auf Tagesbasis. Ich blinke, ich gehe noch mal ganz kurz in den Tag rein. Wir haben halt hier, diese Kerze ist schon sehr, sehr lang gewesen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr lange, hohe Überdehnung drin. Aus diesem Grund muss man jetzt in der Stunde erst einmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Weil durch diese hohe Dynamik nach oben haben wir jetzt hier die Chance, einen Abwärtstrend zu sehen. Diesen Abwärtstrend kann man natürlich auch traden. Das ist ja auch Sinn und Zweck von solchen Kombinationen verschiedener Zeiteinheiten, dass man den Trend in gleiche Richtung tradet. Das heißt, wenn wir den Abwärtstrend in der Stunde haben, handeln wir auf alle Fälle erst mal konform zum Abwärtstrend des Tages. Und hier können wir uns gut und gerne diesen Abwärtstrend zunutze machen und aus der Korrektur dieses Trends nach unten treten. Wohlwissend, dass wir erst einmal die Stunde noch nach oben laufen haben. Und das ist halt das, was so ein kleines bisschen hässlich ist. Hier muss man also ganz klar seine Strategie verfolgen, was man hat. Wenn man diesen Trend hier in der Stunde als Taktgeber nimmt, sagt man, okay, wenn der Trend gebrochen wird, das wäre dann sozusagen hier unten erst der Fall. Also erst dann darf man short reingehen in die fallende Richtung. Das ist ganz klar. Aber wenn man solche weiten Bewegungen hat, dann macht es manchmal auch Sinn, darüber nachzudenken, zu sagen, okay, wir handeln jetzt einfach mal den Gegentrend. Weil dann handeln wir ja konform mit dem Tag. Das heißt, der große Fluss geht ja auch schon in unsere Richtung. Und hier oben haben wir jetzt die Chance, einen Gegentrend zu traden. Und das wäre hier auch die Signalgeschichte. Wenn sich dieser Trend weiter nach unten entwickelt, dann haben wir die Chance, hier trendkonform zu traden. Das heißt, das, was wir hier jetzt sehen, ist aktuell ja noch die Korrektur dieser Richtung hier nach unten. Wenn es dann wieder runterdreht in die Unterrichtung, das wäre dann ein Signal, dass der Markt uns anzeigt, er möchte nach unten. Wenn nicht, dann passiert das Ganze auch nicht. Man muss halt einfach dann hier die Entscheidung treffen, welchen Taktgeber man entsprechend nimmt. Also das heißt, diejenigen, die sozusagen deutlich kürzer traden vom Zeithorizont, die orientieren sich an anderen Dingen als diejenigen, die im Tagestrend handeln. Im Tagestrend sind wir jetzt in der weiten Korrektur. Das heißt, da kann man mit ganz anderen Systematiken arbeiten. Ansonsten muss man ganz einfach sagen, wer jetzt hier die fünf Minuten in die Stunde tradet, hat hier als Taktgeber noch das Große. Das, was wir hier untergeordnet sehen, ist die Korrektur dieses Großen. Das heißt, hier kann es dann entsprechend passieren, dass wir aus der Korrektur heraus wieder nach oben laufen können, wenn sich in der Stunde hier kein neuer oder kein weiterer Verlauf dieses Abwärtstrends sehen lässt. Also hier wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber es ist auf alle Fälle ein Markt, wo entsprechend Bewegung auch reinkommen kann, wenn sich die Markthändler hier entsprechend positionieren. Und damit gehen wir jetzt mal noch in den WTI, also in den Ölmarkt hinein. Hier wieder aktuell die Marke zurückerobert von 52 US-Dollar für das Barrel. Und hier passiert scheinbar momentan das, was ich in der letzten großen Marktbesprechung schon mal so ein bisschen avisiert hatte, dass gewisse Maßnahmen seitens der OPEC doch auch, sage ich mal, gewisse Wirkung auf die Preisentwicklung haben kann. Wir sehen hier unten die Marke von um die 49 US-Dollar für den WTI, für das FAS WTI. Und hier sehen wir jetzt so eine leichte Aufwärtsdynamik. Das heißt, wir haben hier unten erst einmal so eine leichte, naja, ich will jetzt noch nicht von Bodenbildung sprechen, aber auf alle Fälle ging der Markt hier unten nicht drunter. Jetzt haben wir hier den ersten Schub nach oben gehabt und der Markt fällt jetzt noch nicht tiefer. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir hier Aufwärtsdynamik sehen könnten. Was ist wichtig in diesem Bereich, wenn man das Ganze auch mal mittelfristig mit einer mittelfristigen Korrektur auch in Gange bringen will, hier oben diese Marke von 54,40, dieser Bereich, wo wir gesehen haben, da sind wir reingelaufen, da wollte der Markt aber nicht drüber. Wenn wir da wirklich drüber wuppen, das ist dann ein definitives Signal, dass wir hier deutlich nach oben gehen könnten. Nächste Anlaufpunkte wären dann hier oben das Tageshoch hier bei 55,71, beziehungsweise hier an dieser Stelle dann dieser Hochbereich um die 57,93. Das wären mal Anlaufmarken dorthin. Diejenigen, die das Ganze im kurzfristigen Bereich traden, für die ist auch interessant. Wir haben jetzt hier entsprechend auch das Thema der Tageshochs vor uns liegen. Die liegen nicht ewig weit weg, das heißt, hier kann man durchaus doch den ein oder anderen Trade im Kleinen zur Oberseite wie auch zur Unterseite wagen. Das ist hier interessant. Wir haben jetzt immerhin diese Range, diese Bandbreite zwischen 49 und 54 hier oben. Da kann der Markt immer mal hin und her schwingen. Und man kann halt hier im Kleinen auch mal schauen, hier unten an den Tagestiefs, was dort passiert, beziehungsweise was an den Tageshochs passiert. Das gibt Dynamik häufig. Da läuft der Markt einfach mal was an. Und wir sehen ja, dass diese Spike-Bewegungen, die kommen ja nicht von irgendwo her. Die kommen halt daher, dass nach oben oder nach unten Orders abgearbeitet wurden und der Markt sich dann wieder ins Mittelfeld hinein quasi gesetzt hat. Also hier auch das Thema, was ist denn ein fairer Preis, unfair teuer, unfair billig. Das sind alles so Dinge, wie die Tagesschwanken auch zustande kommen. Und das sind die Dinge, die wir hier gut und gerne mal mit auf die Agenda nehmen können. Heißt also nochmal hier an dieser Stelle, Ludger, guten Morgen, heißt also an dieser Stelle Blick nach oben. Hier diese Marke von 54,40, die ist wichtig, gehen wir drüber, ist das ein deutliches Signal dafür, dass der Markt doch ein Stückchen höher laufen könnte. Heißt also hier die Tageshochs mit betrachten nach unten hin. Bricht da zusammen, ja dann kommt es wieder zu den Unterstützungen 49, 46, 43. Die hatten wir ja mittlerweile besprochen, das gucke ich mal ganz kurz mit euch im Tagesschatt an. Das sind halt Tiefbereiche hier aus dem Aufwärtsschub, den wir hier hatten, beziehungsweise Support-Levels hier unten in diese Marke von 43. Da kann es dann entsprechend mittelfristig nach unten gehen, kurzfristig, ja, bounce der Markt dort unten ein bisschen hin und her, müssen wir schauen, was daraus wird. Aber auf alle Fälle kann hier Bewegung reinkommen, auch in dem Hintergrund zu sagen, was macht denn die OPEC. Wir haben heute die Termine zum Öl, wir bekommen heute den Ölmarktbericht aus den USA. Das bleibt sehr, sehr, sehr interessant und kann hier auch kurzfristig für Dynamik sorgen. Wie schon gesagt, mittelfristig gehen wir hier oben drüber. Dann können wir auch etwas höhere Preissteigerungen an dieser Stelle auch sehen. So, jetzt gucke ich mal in die Charts, beziehungsweise die Chats hinein. Fragen sehe ich aktuell keine weiteren an dieser Stelle. Das heißt, von meiner Seite her sage ich hier an dieser Stelle ganz lieben Dank für die Zeit heute Morgen wieder zusammen. Wer nochmal nachschauen oder nachlesen möchte, die Blog-Einträge sind da auf der Website von Tickmill. Und hier natürlich dann entsprechend die Nachbereitung, das Video einfach nochmal anschauen. An dieser Stelle ganz lieben Dank für die Zeit, allen gute Trades. Ich freue mich schon auf morgen bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss, ihr, euer Mike Seidel.